Juhu und willkommen zu einem Survival Games Gameplay. Wow, oh yeah, wie verrassst du aus, Mami. Ich habe jetzt bestimmt zwei Stunden gerade vorher gespielt. Das werden wir dann wohl gernisch, waaaaaa? Waaaaaa? Das klingt wie so eine komische Gammel-Laola-Welle. Komm doch hier, mach doch, oh mein Gott. Irgendwie hätte ich gedacht, ich hätte viel mehr Leben von euch. Das ist doch shitty. Im Hintergrund ist es gerade voll dunkel. Und ich bin der Kontrast dazu. Ich trage sonst nie so richtig krass weiße Sachen, vor allem, weil hier nichts drauf ist. Nicht! Nicht! Und damit stellt es einen sehr schönen Kontrast dar. Zur Realität. Warum sind die Leute hier immer so lahm, die Sachen aus den Kisten zu nehmen? Ich verstehe das nicht. Am Spaffen kriegen die das nämlich nie gebacken, habe ich das Gefühl. Oh, oh. Gut, ich sage nichts mehr. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade total verkackt hätte. Hä? Jetzt sind auf einmal alle da oben. Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht wahr. Ah! Oh mein Gott. Ich bin an einer scheiß Position. Oh mein Gott. Ich habe ihn trotzdem geklatscht. Okay. Mami, kann ich jetzt bitte hier weg? Ich meine, ich hätte eben noch einen Namen gesehen. Und der ist gefällt mir. Moment. Sind das gerade irgendwie so Schwimmgeräusche? Oder bin ich mir das gerade nur ein, weil ich so paranoid bin? Das kann natürlich auch sein, weil ich die ganze Zeit so... Oh mein Gott. Schwimmt da jemand zu mir? Was passiert hier gerade? Hier ist es sehr bergig und man genießt die Landschaft. Sie ist sehr schön und stellt eine bedrohte Population dar, die erhalten werden sollte. Was labere ich eigentlich für eine Scheiße, ey? Jetzt stopp! Wo ist er? What? Flieg zu drei Metern, merke ich sehe ihn einfach nirgendwo. Sehr gut, Lisa. Sehr gut. Hast du gerade mich abgeschossen? Hast du gerade mich abgeschossen? Wagst du es etwa? Kannst du jetzt bitte sterben? Wie heißt der denn bitte? Schapold! Geh weg. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich sehe auch, dass du die ganze Zeit diese Feuerscheiße versuchst. Aber so dumm bin ich nicht. Okay. Und die zwei Minuten später wieder im Feuer drin hängen. Ich kenne mich, ja. Und da ist wieder so ein Heslombi. Wenn der den abstoppt, da halte ich jetzt echt so gar keinen Bock drauf. Hey, du Heslombi. Oh, voll nicht getroffen. Ja. Oh, das ist doch nicht wahr, weil es geleckt hat. Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott. Nein. Jetzt geht doch sterb. Oh, ich hasse es. Man merkt schon, wie meine Bäckchen mega ruhen werden, wenn ich mich aufrege. Ja, das ist so unglaublich. Dieses Spiel ruft so Aggressionen in mir hervor, die ich vorher nie rausgelassen habe. Alle angestauten Aggressionen kommen aus mir raus, wenn ich Minecraft spiele. Wirklich. Nein, bin ich so dumm, ey. Warum nehme ich das Schwert nicht? Das Wichtigste lasse ich drin. Oh, nee, warte. Ich habe ja sogar ein Schwert. Hä? Warum bin ich so dumm? Hallo. Warum bin ich so fröhlich? Ich bin fröhlich gesterben. Ich brauche doch keiner. Geh bitte sterben. Danke. Och Mann, jetzt habe ich wieder die Hälfte davon aufgenommen. Ich hasse das. Ich will nicht immer alles wieder aufheben. Da muss man sich nämlich bewegen. Und bewegen ist anstrengend. Das ist übrigens das neue Geräusch, was ich eingefügt habe. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber am Anfang musste ich einfach permanent lachen, wenn das kam. Weil wir wollten immer, dass ich die Geräusche ein bisschen ändern. Und das haben wir jetzt zum Beispiel hier gemacht, eben bei diesem Essensgeräusch. Und das ist einfach so lustig, wenn man sich das so anhört. Und wehe, es kommen jetzt wieder 30.000 Leute und fragen, wann kommt das Sticklepack, wann kommt das Sticklepack, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das, sag es mir bitte. Das ist mega nervig. Ich meine, warte doch einfach ab, Kinder. Geduld. Außerdem habe ich ein Video darüber gemacht, wo ich gesagt habe, ja, wir arbeiten daran, aber es wird noch etwas dauern. Weil das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so unser Hauptberuf oder so, dass wir dafür mega viel Cash kriegen würden. Sodass man wirklich jeden Tag da dran was macht. Man braucht halt einfach was, wenn man Bock drauf hat. Und dann ist gut, wisst ihr. Mal runter. Stopp. Voll nett. Ich gehe einfach mal runter. Nein. Ich will nicht. Hi. What? Was? So habe ich den geschwächt? Okay. Bye, 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 bye. Ich weiß, ich werfe manchmal einfach zu viel raus, auch irgendwie, weil andere Leute sich daran bereichern können. Aber ich finde das immer voll doof, das ganze Inventar voll zu haben. Weil nachher kommt da so ein Typ, der hat auch sein ganzes Inventar voll und der kannst du halt nichts davon aufnehmen. Und wenn dann auch noch jemand anders so angerannt kommt, dann ist das natürlich auch schiattisch. Weil du dann halt nicht alle Items aufnehmen kannst. Aber so, wenn er zum Beispiel ein Dia hat und du weißt, du hast einen Dia schon im Inventar, dann kannst du nämlich... Ne, wobei, das ist irgendwie dumme Logik, weil du den sowieso aufnehmen kannst, weil der gesteckt wird. Aber hätte der zum Beispiel ein Eisenschwert und ich hätte nur ein Steinschwert und ich hätte keinen Platz mehr dafür und das bleibt da liegen und jetzt kommt ein anderer Typ und ich müsste erst mal mein halbes Inventar aussortieren, dann funktioniert das nicht. Also mache ich es lieber so. Aha, Taktikbesprechung. Jetzt wisst ihr doch, wie ihr Minecraft-Zuweide-Games spielen müsst. Mhm. Ja, vor allem. Ist gut, ist gut. Ich kratze die Pfeile ab, ey. Ach Gott, hässl, ey. Mann, jetzt lass es doch einfach. Ich brauche dich nicht immer live, okay? Boah, sowas fackt mich einfach ab. Ich habe keine... Ne. Nö. Ja, komm. Du bist hässlich. Oh. Boah, ja. Geh doch nur auf mich. Ich hasse euch alle. Inja, lives. Haha. Du brennst. Du bist hässlich. Ja, jetzt geht er eh wieder abstauben. Aber kann mir eigentlich... Oh ja, hab doch noch mehr Heilschränke. Und einen Goldapfel. Hör mal. Ich glaube es nicht. Langsam übertreibst du mir so ein bisschen zu sehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, genau. Genau. Das ist doch nicht wahr. Ja. Toll, kann ich mir auch kein Eis mehr von backen. Man merkt, wie viel Freude... Ich... Ha! Wieder am Sperr. Hauptsache sollte es eigentlich so ironisch sein. Und dann so... Ah, yeah, bin ich jetzt einfach... Ah! Aber das ist das Schöne an Survival Games. Weil man kann mich total schnell depressed machen. Aber man kann mich eigentlich auch genauso schnell wieder irgendwie glücklich machen in diesem Spiel. Was soll das? Ist der doof? Okay, gut, dass er aus dem F5-Modus rausgehen kann. Ja, hat man gemerkt. Hey, nimm mich doch bitte an. Ich bin dein größter Fan. What the fuck? Meine Kamera hat ja verschiedene Einstellungsprofile, ne? Und gerade als ich so geredet habe, wie so ein Kind, stand dann gerade ernsthaft Kleinkind. Weil es gibt so den Porträt-Modus. Und da bin ich eigentlich meistens drin, wenn ich aufnehme. Und jetzt stand er einfach eiskalt Kleinkind. Ich tue jetzt einfach so, als merke ich das nicht. Oh, gut, hat man jetzt gesehen. Vor allem ich so... Boah, kannst du nicht aus dem F5-Modus gehen bei dem anderen eben? Und ich bin selber zu dumm dafür, ne? Kein Bock. Geh weg. Geh weg. Geh doch jetzt sterben. Habt dich nicht nötig. Jetzt geht doch sterben. Ja. Come on. Yes. Ey. Das war jetzt echt gut. Das war nicht scheiße. Zumindest. Komm schon. Nein. Nein. Ich geh weg. Tschüss. Ja. Genau. Genau. Stopp doch einfach dir so ein hässliches Anusloch ab. Und nimm dir alle Items, die geil waren. Boah, jetzt kommen die beide mit ihren Angeln. Wollt ihr mich verkackeiern, ey? Das ist doch lächerlich, ey. Mein Gott. Ja, komm schon. Nein, ich will nicht zwischen denen sein. Das ist scheiße. Boah. Ja, wird auch nur zurückgepackt und alles. Genau. Hab keinen Bock. Ich geh mal wieder weg, ne? Ich warte drauf, bis ihr euch klatscht, weil ansonsten hab ich eh keine Chance. Weil ich nichts zum Heilen hab. Nur 300 Herzen habe. Und die mit ihrer Angelscheiße denken, angeben zu müssen. Oh mein Gott. Jetzt stirbt doch einfach. Nein. Oh mein Gott. Der macht nämlich auch Critical Hits, wenn er in die Scheiße rennt. Oh nein. 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 Oh, ich hab wieder Pfeile. Aber ich werd eh sterben. Oh mein Gott. Ich werd eh sterben hart gewonnen. Okay. Geile. Ja, obviously. Okay. Was war das? Was kam jetzt? Enjoy. Was? Eigentlich nicht. Egal. Der ist wahrscheinlich dumm und will irgendwie sagen, dass er mich detoxt oder so. Aber er ist dumm. Ich nehme auf. Ist mir egal. Ich auch. Bin ich trotzdem important? Ja, eigentlich bin ich schon important. Aber du bist nicht important. Okay. Bestimmt möchte er das. Hä? Was war das denn für ein Leck? Das tut mir jetzt sehr leicht für dich. Nein, tut's eigentlich nicht. Ja, njam, 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 njam. Ja, pfeu runter. Oh, come on. Kannst jetzt bitte sterben. Ich hab noch Pfeile. Aber wenn er jetzt eh um die Ecke geht, ist es halt schon so, Pfeile zu benutzen. So, jetzt vielleicht. Wenn ich sehe, dass er nicht nach hinten guckt. Psst. Psst. Yes. Yes. Hehehe. Oh, 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 oh. So, come on. Ah, nein. Warum gucke ich denn nochmal ins Inventar? Ich gucke so zu, wenn er mir voll in die Fresse springt. Oh mein Gott. Was tue ich gerade? Mami. Jetzt geht doch nicht immer auf mich. Vor allem immer, weil die alle momentan auf mich... Oh, ja, genau. Das war ja so ein tolles Spiel. Hahaha. Oh mein Gott, das regt mich in der Zeit so auf. Warum spiele ich das? Oh, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Immerhin ein Spiel gewonnen, was nicht so ganz hässlich war. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir doch was in den Kopf. Bye. Puh. Yeah.